Willkommen zum DAX-Check, liebe Zuschauer. Ja, der DAX ist leidlich positiv in den heutigen Handelstag gestartet. Ganz knapp über der 12.000-Punkte-Marke hält er sich am Donnerstag in den ersten Handelsminuten. Aber Thomas, der Grad zwischen Korrektur und Konzidierung ist manchmal doch ein recht schmaler. Welches K-Wort sollte denn unsere Gedanken bestimmen? Ja, im Moment sieht das Ganze eben nach einer Konsolidierung aus. Also, obwohl wir gestern kurzzeitig die 12.000-Punkte-Marke unterschritten hatten, kam kein großer Verkaufsdruck auf, muss man ganz klar sagen. Es ist positiv, dass wir uns eben über dieser wichtigen, psychologisch wichtigen 12.000-Punkte-Marke halten. Wenn das so weitergeht, wird aus dieser psychologisch wichtigen, man sieht es hier sehr schön, auch eine charttechnisch wichtige Marke. Also jetzt haben wir hier jetzt noch nicht so viele Auflagepunkte, wobei hier in dem Bereich, da hatten wir ein paar Auflagepunkte und jetzt eben hier und hier. Also, die Marke wird mittlerweile auch eben aus technischer Sicht signifikant. Und solange wir uns darüber bewegen, ist alles in bester Ordnung. Ich hatte auch gesagt, also, wenn wir auch durchaus mal stärker konsolidieren oder korrigieren, je nachdem, dann ist auch hier der Bereich L4, L5 noch völlig im Lot. Ich habe mir heute mal den ganz langen, also nicht nur den 3-Jahres-Chart angesehen, eben seit 2009. Und da sehen wir auch einen, ja, übergeordneten Aufwärtstrend und der wäre erst bei 10.200 in Gefahr. Also, wir jammern hier auf hohem Niveau, ganz klar, weil man eben das neue Allzeithoch sehen wollte. Aber man, wie ich schon des Öfteren gesagt habe, wir dürfen einfach nicht vergessen, dass dieser Abstand hier, ja, wir sehen es in der Vergangenheit, immer wieder geschlossen wird und wir uns jetzt schon sehr lange deutlich über 200 Tage Linien erhalten. Und ich hoffe mal eben, dass wir es über die Zeit hin ausgleichen und nicht durch eine starke Korrektur. Weil wenn wir dann auf 11.100 Punkte, wo wir im Moment da liegen mit dem GD200, das wäre dann schon eine Korrektur. Also, ich merke schon, dein Optimismus bleibt unerschütterlich und du hast es ja auch in den letzten Wochen immer wieder gesagt, Zeitwärtsphase, wer ist wahrscheinlich sowieso das übergeordnete Thema für die nächsten Wochen, vielleicht sogar Monate. Aber nichtsdestotrotz, jammern auf hohem Niveau ist vielleicht auch ein bisschen nachvollziehbar, dass die Anleger da ein bisschen die Nerven und so ein bisschen auf Grundeis gehen, weil sich halt gar nichts tut und jetzt leider auch die andere Richtung wieder eingeschlagen wird. Was redest du denn jetzt dem Anleger, der jetzt so gar nicht weiß, wie er mit dieser Situation umgehen soll? Also, wir sind im Aktionär mit unserem Optionsschein, mit dem Turbo Optionsschein ausgestoppt worden. Da lag der Stoppkurs bei 12 Euro. 12,40 Euro war der Kaufkurs, also ein kleiner Verlust. Wir hatten eben, als wir hier in dem Bereich waren, den Stoppkurs nachgezogen, um eben dann nicht mehr allzu weit in die Verlustzone zu geraten. Jetzt vorerst, muss man ganz klar sagen, würde ich erstmal abwarten. Wir hatten ja schon immer gesagt, die letzten Tage, Geduld ist gefragt und ja, im Moment drängt sich einfach aus technischer Sicht ein Kauf eines Turbo Longs zumindest nicht auf. Wie gesagt, die Risiken nehmen zu, die Volatilität ist sehr stark gestiegen, die hat sich nahezu verdoppelt, der VDAX, der die Volatilität am deutschen Aktienmarkt misst. Also von daher muss man vorsichtig sein. Wir haben am Wochenende die Franzosenwahlen. Marine Le Pen holt immer mehr Wähler auf ihre Seite. Also von daher, warum sollte ich jetzt mich da die letzten ein, zwei Tage vor der Frankreichwahl noch irgendwo positionieren? Ich würde aus Trading-Sicht erstmal sagen, warten wir die Tage ab. Es wird meines Erachtens nichts Großes nach oben oder nach unten jetzt massiv passieren. Deswegen ruhig bleiben, erstmal schauen, wie der Markt sich eben auspendelt, auskonsolidiert. Und wie gesagt, hier kann es durchaus noch etwas nach unten gehen, ohne dass hier jetzt Panik aufkommen muss. Das heißt, wir warten ab. Wollen wir uns trotzdem morgen zum DAX-Check verabreden? Ja, und bringen einen Kaffee mit, damit wir uns dann vielleicht ein bisschen was bringen können. Falls Ihnen, liebe Zuschauer, auch eine Frage zum DAX unter den Nägeln brennt, die wir vielleicht tatsächlich noch nicht beantwortet haben, dann schreiben Sie die uns doch einfach und dann treffen wir uns hier morgen zum DAX-Check mit Kaffee und Kuchen. Bis dann.